Stadtentwicklung ist für mich ein kontinuierlicher Prozess. Er umfasst in seinen Schwerpunkten die räumliche, wirtschaftliche, aber auch ökologische Entwicklung einer Stadt. Und zwar einer gesamten Stadt oder wie hier in Frittesdorf auch Stadtteilen. Und dieser Prozess wird gesteuert von Fachleuten und von Politik. Aber, und da lege ich auch großen Wert drauf, von breiter Bürgerbeteiligung. In meinen vielen Gesprächen mit den Menschen hier merke ich, wie wichtig ihnen der Erhalt der Umwelt und der Natur ist. Das gilt nicht nur für den Wald, sondern auch für Frischluftschneisen, Streuobstwiesen und innerstädtische Grünflächen. Und mir ist es besonders wichtig, bei der Stadtplanung diese Flächen nicht nur zu erhalten, sondern auch zu pflegen und auszubauen. Das ist nicht nur gut fürs Stadtklima, sondern verschönert auch das Stadtbild. Die Veränderungen, die wir momentan auch im wirtschaftlichen Bereich erleben, müssen wir aktiv annehmen. Mein Ziel ist es, zusammen mit der Wirtschaft diese Transformation positiv zu gestalten. So entsteht ein moderner und zukunftsgerichteter Wirtschaftsstandort, der robust ist und unser Gemeinwohl nachhaltig sichert. Mein Grundverständnis einer Stadt ist, dass alle Menschen, die hier arbeiten und die täglich für uns da sind, es sich auch leisten können müssen, hier zu wohnen. Das muss bei allen Entscheidungen in der Stadtentwicklung in Zukunft an erster Stelle stehen. Wir befinden uns in einem Spannungsfeld zwischen Siedlungsdruck und Erhalt der Umwelt. Und dieses Spannungsfeld gilt es sorgfältig auszubalancieren. Und dabei möchte ich die vier Stadtteile Frittesdorf, Burgholzhausen, Köppern und Solberg individuell betrachten. Spannungsfeld www.spannungsfeld.de www.spannungsfeld.de